Ähm, also Leute, was ist denn hier los gerade? Kriminalpolizei Hakan. Ist alles okay? Ja. Ja, hier ist alles in Ordnung. Können Sie auch weiterfahren. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Siehst du die Nummer hinter meinem Rücken? Ja. Okay, gut. Ey, dein Auto wird richtig los. Ja, ich hab den Schlüssel nicht, den hat nur Sergei, was soll ich tun? Hahaha. Sag's, Sergei, alt Mann, ich fick ihn. Hahaha. Wenn Khatar an die Tür klopft, macht es Tach-Tach. Tach-Tach. Alles oder nix macht. Tach-Tach. Aslaks treffet sicher. Tach-Tach. Kann. Ey, yo, Bart, Mann, du Pisser, Mann. Ey, ich hab ne kurze Frage, Digi. Ich war gerade unten am Strand gewesen, Mann. Und da waren diese kleine Pisser von den Paulas waren da gewesen. Ich meinte, ey, habt ihr Dope da, Mann? Habt ihr Dope? Die meinten, lauf Schlampe, lauf! Ey, hast du Weed da, Mann? Ich brauch gutes Dope, Mann. Äh, ja, ich bin von den Paulas. Aber warte mal, du bist von den Paulas? Ja. Seit wann bist du bei den Paulas? Seitdem ich im Discount-Store war und mir lila ne Klabotten gekauft hab. Achso. Bist du Selfmade, ja? Ja, ja, ich bin Selfmade Paulas. Selfmade, Selfmade. Ich frag die Grove gleich, wie's dir geht. Ich bin Friedensmobelstifter. Ja? Ja, ich hab von allem bisschen was an. Komm, du ziehst dir jetzt grüne Klabotten an, dann laufen wir zusammen rum. So Freundschaftsbasismäßig. Okay. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Bis dann, alle raus, alle raus. Okay. Und wenn mein Red Bull nicht im Kühlschrank steht, nehm ich euch alle auseinander. Achso, das hab ich schon getrunken, ne? Sorry. Wer das? Hallo. Ich dachte mal nicht. Ah, wie kommt nicht raus? Ey, wir sind auch eingesperrt. Ey, jemand hat uns eingesperrt, ja. Nein. Ich schwör. Aber nicht. Nein, scheiße. Komm mal. Ey, Digga. Wir werden alle verhungern. Äh, Party geht weiter. Ach, Bruder. Bruder. Also ich wünschte, ich wäre mit Sally selber eingesperrt, aber okay. Die haben uns eingegessert, ja. Sally, ich schwör, ich hätte was für dich gekocht, ja. Ich kann sogar Wasser kochen. Der macht Nudeln Glas. Oha. Aber manchmal brennt's an. Ne, die Nudeln wären zu Glas. Also Jungs, was wollt ihr essen? Ich hätt gern Zujuk mit Ei, bitte, bitte, bitte. Ne, kann ich nicht. Ich warte, dann mach ich selber. Oha. Sally, was war ein Offenbund? Was machst du da unten? Hitt mich mal auf. Oh, was man auf dem Boden findet, darf man behalten. Jetzt gehör ich dir. Wow. Bin schon so'n Süßer, oder? Total. Ja. Mhm. Sally? Ja. Hast du einen Freund? Nein. Ja, was ist denn? Ja. 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 Ja, Mann. Geil. Hat sie nicht. Wow, jetzt kommt einfach nichts. Oh. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ähm. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hauptsache Supersportler fahren. Warte, gleich hab ich's. Soll ich's schon klubsen? Ja, bitte. Danke. Okay. Ja, okay. Soll ich den reparieren? Ja, ja, ja. Ich hab keinen mehr. Digga, ich bin ein Fuchs, Digga. Ich bin ein Fuchs, Diggi. Ich hab diesen Server studiert, Mann. Ich hab's euch gesagt, ich hab den studiert. Okay. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich dezent erschrocken. Eine Sekunde, ich muss das mal kurz fixen. Geil, Digga. Ne, da hab ich einmal, Digga. Da hab ich einmal. Da hab ich einmal was aufgebaut, Diggi. Und selbstverständlich fällt die Scheiße runter, ja. Also, Leute, heute im Dunkeln. Heute im Dunkeln. Eine Sekunde. Ja, ich fick noch mein Leben. Entschuldigung. 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 Nehm mir den hoch. Ich spät den ein. Eins. Ich spät den ein. Lutz, nehm den hoch. Nehm den hoch. Schnell. Ah. Ah. Hilfe. Hilfe. Oha. Hilfe. Oh mein Gott, bitte helfen Sie mir. Scheiße. Determ. Ja, Mann. Nenn mich das Determ. Okay, also, Jason, ich geb dem einen Tipp, ne. Nicht vergessen das Auto abdeutsch. Ja, das hab, hier war ich schon mal. Ja, das reicht. So. Cruiser. Reno Twingo. Cruiser. Was ist das für einer? Ah, nein. 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 Nicht ein Cruiser. Oh mein Gott. Nein. Ah, Mann. Hier hat keiner noch mehr. Nein. Nein. Ich wollte ihn nicht haben. Vollstopp. Ich bin da mit dem Fahrrad genauso schön unterwegs, ne. Aus. Aus. Ansteigen. Hallo, Fahrrad, Mann. Fahrradfahrer. Aufpassen. Ja, genau. Hallo, hör auf. Ah, Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wo bist du? Da freuen ein paar Leute, Digga. Kompli. Digga, ich bin mitten im Geschehen, Alter. Ich bin mitten im Geschehen. Ich bin auch drinne. Los, ich hab das unter Kontrolle. Da ist alles gut. Das ist Schalkan. Warum tanzt du da so dumm? Weil mir langweilig ist. Warte, kurz die Strecken. Mir ist auch langweilig. Mhm. Ich seh schon. Seife, Seife. Was ist Seife? Seife, Seife. Ach du lieber Himmel. So. Boah, ich hab einen Krampf. Kannst du mal gegen mich schlagen? Warte. Schlag mich mal. Möchte ich aber nicht schlagen. Schlag mich. Ich mag sowas. Oh Gott. So, Schluss. Nee, du hast mich geschlagen. Geh zu deinem Schlaf nicht rein. Boah, Hakan. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du hast mich geschlagen. Warum stehst du mich? Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir gar nichts gesagt. Messer, Bruder. Hakan Abi, du bohrst kein Messer. Du bist Maschine mit Fäuste. Ich hab ein Messer. Ich hab ein Messer. Ach warte, ich hab gar keinen Platz. Und war die Weste jetzt umsonst sagst du, ja? Ähm, ja. Die haben wir gespendet. Echt jetzt? Ja. Das war die letzte, die ich aufhand hatte, ne? Nein, das war's nicht. Ich schwöre. Da geht mir wenigstens ein Messer, ja? Was das? Geht nicht, ja? Ich war gleich nicht an der Tag. War schon richtig scheiße. Digga, ich hab dir die Weste gedrückt, Digga. So lange werden, was hat sie bekommen? Unfälle passieren, ne? Kennst du, äh, dieses Messer namens Zip? Kennst du? Ja. So, so ist das, ja. Sabu, die wirkst jetzt und ein bisschen besser auf die Fresse. Ist einfach so, ne? Ich guck ja mal jetzt. Oh! Triff dich! Triff dich! Oh mein Gott. Okay, ich boxe euch jetzt weg, Digga. Stell dich denn, stell dich denn. Ich hab kurz wieder 1 gegen 1 hier. Oder alle, alle, alle. Gibt's alle gegen alle hier, Digga, so ein Ding ist das? Was, wenn, was, wenn kein Medic kommt? Guck mal, er boxst mich einfach. Was ist los bei dir? Was, was ist denn los mit dir? R, 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 R. Oh Gott. Oha. Tschüss. Aber hier. So, Digga. Leider geht's. Oder so viel wie amerikanische Flagge hier. Nein! Okay, der nächste. Gut hackern. Oha, ich bin rot, ja? Ey, ey. Der hackern hat mich alle. Eingang. Ich lass euch raus. Ich versuch vom Eingang ganz gut. Du bist mit raus, Digga. Bist du mit raus, Digga? Bist du mit raus, Digga? Ja, Aiken. Haha, ich fick euch alles. Ich hab's immer verschont, aber jetzt... Oha! Alter, das ist unfair, das ist unfair. Kalle, wach auf! Nein! Kalle, wach auf! Muck nie wieder, ey, auf, okay. Muck nie wieder bei dein Abi, nie wieder. So, Rudi, ich fick dich zum Rattel. Ich sponsor noch Medix-Halter mit meinem Verbandskästchen. Es tut mir geht leider. Bitch! Bitte helfen mir, bitte. Ich höre jetzt kurz. Lucky Schatz das ganze Zeug. Ich höre ihn gleich wieder an auf dem Mond. Ey. Okay. Oh, Alter! Rückenbechbett! 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 Zwischen Polizei und Jungs aus dem Viertel gibt es Streit. Wegen Kleinigkeiten geht hier um Prinzip oder Scheine. 2211 Horner Corner. Bass kommt aus Boxen nicht nur am ersten des Monats. Leute fallen hier in Ohnmacht.